35.828 Fans gefällt bereits dieses süße Bild von Til Schweiger und Tochter Emma. Papa und Tochter scheinen sich riesig zu freuen, dass es endlich in den Urlaub geht. Wohl kaum nach Bali. Da ist nämlich gerade Tils Ex-Freundin Svenja Holtmann und hat einen neuen, tierischen Freund. Keine Affen füttern, Instagrammt sie dazu. Bananen isst Monkey-Mommy lieber gemütlich mit ihrem Baby, wie man sieht. FC Bayern-Kicker Jérôme Boateng gratuliert seiner Schwester Avelina via Facebook zum Geburtstag. Mit den Worten One Love verzückt er viele seiner Fans. Die Saison ist eröffnet, schreibt Raul Richter und postet sich auf dem Motorrad. Sportlich der Herr, gerade noch im Snowboard-Urlaub in Österreich und nun schon auf der Piste in Berlin. 5.263 Fans, gefällt das. Der Wendler nimmt mit dieser Gesangseinlage von Marco Angelini seine Fans mit hinter die Kulissen vom Pomi-Tinner. Der Wendler ist bei mir zu Haus und der Jochen auch. So geil hier, oh so geil hier. Larissa ist auch dabei und die bleibt bis morgen um zwei. Oh Larissa ist auch dabei. Beim perfekten Promi-Dinner. Nach Marco, wer letztendlich das perfekte Dinner bereitet, wird sich erst noch rausstellen. Und damit bis zum nächsten Update. Radio 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 Untertitelung des ZDF, 2020